Hallo, hier ist euer Maxicin und heute starte ich meine eigene Challenge Pay My Rent with Diablo 3. Das heißt nichts anderes, dass ich versuchen werde, diesen Monat so viel Geld, Echtgeld, Hauptsitzung zu verdienen, dass ich damit meine Miete bezahlen kann. Ich werde jede Woche ein neues Video hochladen, wo ich den aktuellen Status bekannt gebe, wie weit ich denn mit der Summe bin, die ich benötige, um meine Miete zu bezahlen. Ja, und ich finde das mein interessantes Experiment und wir werden sehen, ob ich es schaffen werde, die nötige Summe aufzutreiben, um meine Miete zu bezahlen. Daumen hoch und abonniert mich!